Noch? Hallöchen liebe Sportsfreunde da sind wir wieder bei Battlefield mit einer Hammer-Lautstärke, wie ich das gerade merke. Mit neuer Audio-Technik. Juhu! Jetzt müsste ich auch mal lauter sein. Yay! Audio-Technik! Audio-Technik ist total über, Alter. Die macht deine Stimme gleich noch zarter. Ja, ich weiß. Zart wie ein Pfirsich. Genauso pelzig meinst du? Ja. Und hart. Und pelzig. Und hart. Und hartpelzig. Tank hat er uns. Oh, ja. Aber er hat es noch nicht gerallt. Ich habe ihm einen reingedrückt. Männchen ist nun rausgestiegen. Mindestens eins. Mach mal das Männchen, ich mach den Panzer. Ne, der Panzer ist weggefahren. Panzer ist kaputt. Kaputt, ja. Ich habe gerade eine Hilfe der Dings gekriegt. Und dann steht es dir frei, mich zu reparieren. Oh, im letzten Moment wieder, Alter. Er stirbt nicht, wenn ich mit meiner Hobbitze auf ihn schieße. Der steht im Haus, in dem kleinsten Räumchen. Oder sitzt da. Komm raus aus deinem Loch. Hm. Ist er wohl schon. Ich weiß nicht, wo er hin ist. Oh. Jetzt habe ich ihn jetzt abgekriegt, dass ich gleich im Arsch bin. Ach, da steht ein Tank auf dem Flur. Aber wir sind ja auch direkt vor der Gegnerbase hier. Ein Tank auf dem Flur. So. Na, scheiß Gelände, Alter. Scheiß Gelände, Junge. Scheiß Gelände? Sollten erst mal die anderen Punkte mit supporten, Junge. Oh, Sniper vorm Boot irgendwo. Von der Drohnenstation. Ich bin schon bei C, Richtung B unterwegs. Ne, doch nicht. Hä, hier war doch eben noch ein Heli. Naja, egal. Ich komme dann mal mit dem Tank hinterher. So, Granatenkill. Scheinbar nicht. Dann halt so. Du hast den Rumpel getötet. Du Schwein. Rumpel 77. Hinter dir, hinter dir. Danke. Guter Hinweis. Ja, so bin ich. Aufmerksam. Oh. Andere Seite kam wieder eine. Woher holen die denn alle ab? Ich spawn mal wieder bei dir. Hinter uns ist ein Panzer. Rechte Seite. Ach, bitte. Einen habe ich kaputt. Ach, das ist ein Gegner. Oh, da war irgendwas Grünes hinter. Deswegen habe ich das nicht für voll genommen. Heli. Ja, ich spawn bei dir. Oh, durch die scheiß Wüsten sahen kann man mir überhaupt nichts sehen. Auf jeden Fall ist vor uns ein Hubschrauber. Oh. Am Schiff, bei der Drohne. Ist kaputt. Verstehe ich nicht. Irgendwas zu sehen? Ja, am Schiff sind ein paar. Von unten rechts ein Panzer. Ja, ja. Ich glaube, Tracer. War wohl schon zu dicht dran. Wir werden aus der Base beschossen von der Flak. So nicht, mein Freund. Ist der Panzer, oder? Ne, der ist zum Arsch. Drohne? Fliege aber ein Stück nach rechts, dann kann ich den Schützen abknallen. Ich fliege mal zurück, wenn wir ihn reparieren. Ja, jo. Wow. Kann ich ihn an? Ich sehe es unten nicht. Ja, ist voll. Und weiter geht's. Weiter geht die lustige Fahrt. Im Flugumobil. Da unten ist ein Ferenkartenpalter, ne? Aber er fliegt gerade hinter das Schiff. Äh, fährt gerade hinter das Schiff. Ist ein zweiter Tank dahinter. Mann, gib mir das auf den Sack. Ich muss weg. Ja. Nur 40% noch. Sag mal, wie können die denn so weit schießen? Verdammte Scheiße. Oder ist die Drohne wieder irgendwo onstage? Ja, ich glaube, das sind die Panzer, die auf uns schießen. Da ist ein Heli. Ich sehe nicht. Ich kann hier mal wieder nicht markieren. Das ist über der Drohnenstation. Boah, was ist denn hier los? Das sind die ganzen Panzer. Dass die überhaupt so weit gucken können, ist schon unfair. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich komme gleich zu dir. Ja, da steht nämlich noch ein Zweiterpanzer neben mir. Dann können wir uns zusammen los da lernen. Yay. Oh, guck mal, die anderen beiden Knalltüten spielen auch mit. Kapten Knall und Mist der Tüte? Ja. Für unsere fleißigen Zuschauer. Äh, Shiro und Acapulco-Kit. Ähm, Gegner-Team? Ja, dann werden wir die gleich mal raussuchen, die Säcke. Mich hat fast was getroffen. Auf zu B. Alles klar. Nehmen wir sie in die Mangel-Drohne. Ring-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding. Ring-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding. Zwei Tanks. Beschädigt. Brauch nur ein Trucker. Komm, komm mal zurück, fahr hinter mir. Dann tauschen wir gleich die Panzer. Ich hab nur noch 14. Ja, ne meinen, ne meinen. Ja, bin da. Fuck, Mann. Ich... Ich komm nicht mehr raus. Echt? Oh, der andere hat nicht mehr viel. Ah, fuck. Innie. Naja, war ein Versuch. Würde ich sagen. Ja, ich spawn gleich bei dir. Zerwichsen wir die Wichser. Äh, was nimmst du dir für Worte in den Mund? Aha, Verzeihung. Wir werden ja aufgenommen. Wir sind am Kinderfernsehen. Peil sein da rechts am Schiff, aber kannst du grad nicht drauf schießen am besten. Am Schiff? Hier, hier unten rechts. Wow. Hoch, ich bin zu tief. Hoch. Hoch. Hoch ist immer gut. Hoch. Hoch. Oh, das kann man gleich wieder knicken. Raus. Links, irgendwo von links. Ich hab keine Ahnung von wo, aber nur auf der vorne, unten links an der Straße. Im Pfälzen kommt er hoch. Kaputt gemacht. Ich wurde reanimiert. Cool. Ah, neust. Ich hör hier ein Heli, aber ich seh kein. Da hinten. Da hinten. Da hinten. Da im Wasser. Rechts. Ja, erzähl ich ihn. Monil liegt. Lass ihn tank nehmen. Jo, guter Plan. Du fährst, ich schieße. Blum, hab ich gesagt. Heli von links um. Ah, komm nicht hoch so weit. Das ist kaputt. Drohne. Vor uns. Hä? Mann, blöder Tank. Vor uns. Sniper. Oh, wenn er nicht schieben würde, der Idiot. Schrasse aus. Oh, wie viele sind denn hier? In der Kiste, Alter. Ich hab drei Mann gehabt, der hat drin erschossen. Mach mal heile, heile. Ich bin da tot. Ich komme gleich wieder. Ach, der nicht. Von wo denn bitte? Ach, die Drohne. Von links irgendwo. Drohne, ja. Was geht hier ab? Ich gehe kaputt. Hm, hätten wir es auch nichts mehr. Außer im Tank. Tank's a tank? Tank's a Hank, Junge. Ich glaube, bei C ist ein Gegner-Tank. Ja, bei C ist ein Gegner-Tank. Aufpassen. Ah, meine 40mm-Tube, die macht mal gar nichts. Ja, die macht im einstelligen Prozentbereich Schaden. Ich glaube, drei, vier Prozent oder so. Hälfte? Tank, neuer Tank steht bei C. Wo ist er denn hier? Was macht er denn da oben? Scheint schrottig zu sein. Bist du im Arsch? Okay. Hier sind ein paar Idioten zwischen irgendwo. Ich wurde getraced, ich wurde getraced. Von wo? Hast du was mitgekriegt? Oh, bitte, bitte, bitte. Oh, ich bin gleich Schrott. Fuck. Alter, was geht denn hier ab? Wo sind die denn alle? Oh, ich frage mich nicht. Wirst du schon wieder Mugschrauber? Ne, ist der andere. Ne, ich musste gerade aus dem Tank fliehen. Was jetzt hier so Phase ist. Gegner-Helie ist schon mal Phase? Äh, ich hab'n Peilsender angebracht und irgendein Panzer. Da wurde ich runtergeschossen. Was machst du jetzt? Oh, Heli. Ah, help. Ich bin tot. Spawn bei mir. Ich bin gleich bei A. Oh, ja. Von, nee. Ehrlich. So ein Blödsinn. Quer über die Karte erschossen. Das ist unglaublich. Das ist mit so'n scheiß Lackshot, ey. Ah, verdammt. Achso, ich wurde wiederbelebt übrigens. Na, verdammt. Wo ist ne andere Idiot schon wieder? Ja, jetzt kannst du den noch töten. Danke. Quatsch doch nicht. Rechts irgendwie ein Tank scheint zu sein. Oder links? Nee, nee, ist es rechts. Ich hab immer so meine Probleme mit rechts und links. Ein Braucher noch. Ah, ist schon im Arsch. Oh, der Fahrer ist raus. Hier sind ja wohl genug da. Au. Oh, oh. Tank unten links. Einen hat er schon gekriegt. Eini? Oh. Tank unten links ist immer auf. Den Tank und sein reserviere ich immer. Okay. Haley ist links vom Schiff. Und bei B. Schmiert aber irgendwie ein bisschen abgerade. na ist doch gut na doch, ne, er hat ihn gefangen oh, geht kaputt oh oh oh, ist nicht wahr oh, ne, ne, es ist unglaublich wenn man hier wieder nichts sieht in dem Scheiß Scheiß mit dem Scheiß Eli-Action sterben zwar mit der gleiche, aber ist egal ja, ich bin schon gespawnt vorne ja, spawn-camping ja, ich hab den natürlich nicht getroffen, oder was? ne, nicht ein Stück, ist klar Morseth wo sitzt der denn, in dem Tank? ja, ich hab den Schrauber, oder was? ja, wenn nicht, kann ich wieder sterben? ach so, das war einer von uns ein ne, ich will nicht fliegen mach ich, du machst es gut, kannst mich wieder fliegen ich fahr mit dem Franze ja, das ist klar dann machen wir das so gegner hier nicht? ja, aber ich kann nicht so hoch ja, das ist klar ja, ist klar meine Schüsse fliegen wieder alle daneben, oder was? und ich hab nicht einmal getroffen blödsinn so, abgeschmatzt, Arschgeigen krieg nicht mal nen Helfer, wie blöd abgegeigt, ihr Schmatzer oh hier links sind welche zwei hab ich bist du immer noch Pirugent? ja, soll ich die reparieren? ja, dann tauschen wir oh oder nicht das ist ja nicht, Drohne dass auch ein verkackter Schuss von dem ausreicht, Alter das ist unglaublich kannst du ganz kurz aussteigen, oder? ne, ich brauche mal C ja, gut ok ja, was denn jetzt schon wieder, Alter? wo soll der da gestanden haben, der Kack, Alter? der war nicht einmal zu sehen vorhin aber hab ich ihn nur gesehen, kann man ja nicht sagen, ich hab sogar hingeguckt Schero ist ein Cheater, Junge Quatsch wo stand er denn unten oder um? unten links vom Schiff man sieht ihn überhaupt nicht oh, jetzt hat der Tracer nicht gefressen oder die Peilung Quatsch oder er hat er auch? nein, er ist noch dran, der Tracer ist das Schero? ja Aua Halli ok, Halli ist weg hast du den Tank? nein nein hast du noch mal ein bisschen Money? ja, danke ich gucke mir den anderen Tank, der hier steht ja, mach das Gegner, Auto fährt zu unserem Sporn naja, das ist klar, das trifft nicht es ist zu groß wer ist zu groß? die Distanz auf den Panzer hat er sich wieder verpisst? er ist weggefahren jetzt warum werde ich denn jetzt schon wieder von hinten beschossen? das ist unglaublich ich habe den glaube ich nein, habe ich nicht das war das Fahrzeug der Tank ist Schrott, ja nein, wo ist mein Raffenkind? danke oh, das knapp ach, das ist doch ein dummer Pimpf ich darf schon wieder keine bösen Wörter hier sagen, wenn wir aufnehmen Mann Mann sind die Gegners? oh, Frage beantwortet was? ging denn der schon wieder hin? also, der Tracer klemmt, der ist nur ausgestiegen, das ist dieser ach so hast du gesehen, wo er hin ist? nein, ich war auf dem Weg zum anderen Panzer er scheint nach links gegangen zu sein rechts ist nämlich keiner ach ja schieb dir das Ding mal beiseite naja, dann lässt er sein Müll hier stehen oder was ja, genau es ist dumm oh, Mann, Alter boah man kann hier nicht mal irgendwie geht nicht es ist einfach nicht ich dachte, das war ein Gegnerpanzer, das waren unsere oder was? Blödsinn so mach mal ein Repair, Pete jo na, verdammt 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 scheiße der Tank braucht nur noch einen Tank zerstört ich hab noch 30 wenn du mich reparieren kannst bin an der Flak gerade ja, mach den kaputt oh, ist das ein Schwachsinn, ey ich werde reparieren für den Treffer brauche ich denn für den Kack oh, von überall all Stressspiel was ein Stressspiel oh, Mann was macht denn das blöde Team hier andauernd guck dir mal die Statistiken an dein Team hat verloren ja naja, kannst du haben, ne? kann passieren, ne? aber dafür an Erfahrung gewonnen mein Team hat keiner eine negative Statistik aber... wir müssen, weder auf dem